Sie wollen wir nicht? Das wirkt so breit hier irgendwie auf dem Rücken des Pferdes. Wir wollen aber... Moment, warum kann ich... Achso, das kann ich nur einmal pro Tag machen. Ah, das ist ja doof. Ich habe jetzt gedacht, das könnte ich mit dem auch nochmal machen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach Fort Pinter und werden da unten mal gucken. Da war ja noch irgendwas am Wasser, was man machen konnte. So, und wenn wir jetzt natürlich mit dem Pferd da hingehen, dann leveln wir das natürlich auch noch ein bisschen mit. Das ist natürlich wahnsinnig langsam so gesehen. Es ist schon heftig. Das ist also im Vergleich zu dem Tempo vorher ist das schon wirklich ein heftiger Unterschied. Aber okay. Ich muss es ja jetzt erstmal hochleveln. Von hinten sieht es aber eng. Ja gut, das kann jetzt auch daran liegen, weil das noch nicht so richtig galoppiert. Ich finde nämlich, von hinten sieht es irgendwie so aus, als ob das so am Stocken ist zwischendurch. Aber wie gesagt, das kann natürlich wirklich daran liegen. Na, wie springst du denn? Oh. Okay. Also das Springen üben wir noch ein bisschen, aber es ist schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Also da bin ich jetzt schon von begeistert. Ich wollte ja eigentlich so ein Pferd wie hier links mit dieser schimmernden Mähne, wollte ich haben. Aber das kann ich erst ab Level 8 holen. Und bis ich auf Level 8 bin, vergeht noch ein bisschen Zeit. Gut, ich hätte jetzt das eine Pferd dann natürlich nehmen können und hochleveln können. Also das weiter reiten können, was ich jetzt die ganze Zeit geritten bin. Wäre jetzt eigentlich auch cleverer natürlich. Aber wir möchten jetzt hier mal eine Runde mit Angel Wings reiten. So, ich glaube, jetzt muss ich mal eben schauen. Ist es hier oder auf der anderen Seite? Nee, halt, stopp. Da hinten ist das, glaube ich, auf dem Boot, kann das sein? Ach, da, okay. Hier sind auch noch Pferde gewesen zum Kaufen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber gut, die finde ich jetzt optisch nicht ganz so schön. Penny, wir reden mal mit dir. Hallo, hast du einen Moment? Ja? Super duper. Meine Schwester Polly und ich haben einige Hindernisse und Dekosachen bei James für unsere Ponystrecke bestellt. Cool, oder? Ich weiß, Ponys sind so cool. Es gibt ja noch keine Wettbewerbe für Ponys. Deswegen wollen wir Silverglades ersten und exklusiven Ponylauf erstellen. Darum geht es jetzt allerdings nicht. Wir haben die Bestellung bei James schon vor ein paar Wochen aufgegeben. Und ich habe auch gesehen, dass er bereits seit einer Woche ein großes Paket bei sich stehen hat. Das Problem ist, dass er mir immer davon läuft. Er vermeidet mich die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, warum. Er war noch sehr nett zu uns, als wir ihn für unsere Bestellung bezahlt haben. Kannst du nicht mal mit ihr reden? Äh, ihr? Ich denke, es ist James. Du machst es? Super duper. Sag uns dann Bescheid, was passiert ist. Ja, klar. Davon hat mein Fett war jetzt gerade leider nichts, aber kein Thema. Okay, James. Wahrscheinlich müssen wir für dich jetzt wieder irgendwo die Bestellung abholen in irgendeinem Shoppingcenter oder sowas. So wie ich dich kenne. Dann mal raus mit der Wahrheit. Hallo, Susanne. Bist du hier, um an meinen Rennen für richtige Pferde teilzunehmen? Nein? Du fragst dich, wo die Hindernisse sind, die Penny und Polly bestellt haben? Hä? Naja, ich hab sie. Aber ich kann sie ihnen nicht geben. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Hast du mich veräppelt? Hallo? Weg da. Ich war gerade mit dem am Reden. Äh. Okay, Susanne. Du hast wohl recht. Ein Deal ist ein Deal. Aber ich werde viel Geld durch diesen Ponylauf verlieren. Weißt du was? Wenn du mir bei einer Kleinigkeit hilfst, dann bringe ich dir die Sache mit der Lieferung in Ordnung. Gut. Reite runter zu den Ponys und fotografiere sie auf der Plattform. Ich werde dir die Fotos ausdrucken und an die Touristen als Postkarten verkaufen. Klasse, oder? Dann kann ich ja doch noch etwas Geld an den kleinen Geschöpfen verdienen. Komm zurück, wenn du fertig bist. Okay. Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte was für mein Pferd tun, aber okay. So, dann reiten wir mal wieder zurück. Und mach mal das, was der kleine Pinf uns gesagt hat. Also bis auf dieses leicht bräunliche, das hätte richtig dunkel-schwarz sein müssen, habe ich mich so in dieses Pferd verliebt irgendwie. Ich muss aber zugeben, dass ich auch das weiße Pferd jetzt unheimlich gerne gehabt hätte. Bing! Und das nächste Pony. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ach, da hinten sind auch noch Pferde. Also ein Pony hätte ich mir jetzt nicht geholt. Das definitiv. Aber bei den Pferden kann man ja immer mal reingucken. So. Jetzt auch noch was. So, damit haben wir alle Anforderungen erfüllt. Gehen wir mal kurz hier rein. Mal gucken, was wir hier noch haben. Oh, das weiße Pferd ist auch schön hier. Andererseits, es hat so eine dunkle, so dunkle Nüstern. Ja, also das wäre wieder nichts für mich. Das muss wirklich Schneeweiß sein. Schneeweiß und Rabenschwarz. Das hier war jetzt schon so ein kleiner Kompromiss, weil er nicht ganz Rabenschwarz war. Aber du bist aber auch ein ganz tolles Pferd. Was bist denn du? Auch schon wieder Level 8. Aber du bist sehr günstig. Ah, ein Andalusier. Andu, genau. Ein Andalusier. Sehr stark. Disziplin ist auch gut. Die Agilität ist auch ziemlich gut. Okay. Hallo? Ja, zum Springen ist natürlich die Agilität wirklich wichtig. Du siehst aus wie so ein spanisches Rassepferd. Ich muss zugeben, ich liebe Pferde, aber ich habe keine Ahnung. Also das ist alles schon so lange her. Du bist eigentlich ganz schick. Du sollst ein arabisches Vollblut sein. Okay. Aber deine Schnauze gefällt mir irgendwie nicht, wenn ich ehrlich bin. Du hast ein bisschen was von Spirit, aber du bist nicht Spirit. Dreh dich. Dreh dich. So, okay. Dann reiten wir mal wieder zurück. Wegen unseren Fotografen-Shop. So, das können wir direkt schon beschließen. Ist schon sehr ungewohnt, jetzt wieder auf ein Pferd zu reiten, was jetzt so langsam ist. Also ich habe jetzt vergleichsweise so lange gebraucht, meine süße Sunny Princess groß zu kriegen. Ist halt alles ein bisschen doof. Ich komme mir jetzt wirklich vor wie so ein Verräter an Sunny Princess. Dann schauen wir mal. Also, während du die Ponys fotografiert hast, habe ich mich um die Lieferung von Penny und Polly gekümmert. Die Ware kann nun ausgeliefert werden und als Wiedergutmachung werde ich das Paket höchstpersönlich zu ihnen fahren. Was ist komisch? Dass ich das gratis mache? Susanne, ganz tief in meiner Brust, da wohnt ein riesiges Herz aus Gold. Hm, Herz aus Gold. Wenn das stimmt, dann kann ich es vielleicht mit einem billigen Schrittmacher ersetzen. Ein Goldherz muss ein Vermögen wert sein. Verzeih, Susanne. Ich träume mal wieder. Reite zu Penny zurück und erzähle ihr, dass die Lieferung auf dem Weg ist. Ja, machen wir doch glatt. Wenn er das ja noch ernst meint. Man weiset ja nicht. Das ist total ungewohnt. Ich warte immer darauf, dass das Pferd jetzt so richtig losstartet, wenn ich Vollgas gebe. Und ja, es ist halt auf Level 1. Es ist wirklich ungewohnt. Wie war's, Susanne? James hat unsere Bestellung losgeschickt. Super duper. Du bist toll. Danke. Ach so. Na, Mom. Susanne, jetzt wird es Zeit, die Strecke aufzubauen. Hilft Pony? Äh, trifft Pony... Pony vor allen Dingen. Triff Pony und mich bei der Pony-Koppel. Wir brauchen deine Hilfe. Die Pony-Koppel liegt hinter Jalskruft und vor dem Silversong-Fluss. Ich muss hier noch ein wenig Kram erledigen. Dann komme ich. Jalskruft und Silversong-Fluss. Oh mein Gott. Äh, Moment. Jalskruft. Das könnte das sein, wo wir vorhin gewesen sind. Steht hier aber nicht drin. Ja, Silverglade, Weingold. Also, Silverglade haben wir nur, aber... Ah, ich hasse es, wenn das immer so... So blöd erklärt ist. Beziehungsweise, was heißt blöd erklärt? Also, wenn man es nicht findet auf der Karte. Ich kann auch nicht größer machen. Ich meine, ich habe ziemlich gute Augen, aber ich finde es jetzt gerade wirklich nicht. Ja, das ist jetzt doof, weil wenn ich dann offline gehe, ist wahrscheinlich dieser Auftrag auch direkt wieder weg. Hm. Das ist wirklich doof. Ach, wieso laufe ich jetzt da hinten rum? Ich bin ja auch doof. Obwohl, hier habe ich noch den Stall, den habe ich noch nicht gemacht. Das könnte ich auch mal eben machen. Das hat zwar jetzt nichts mit den Pferden zu tun, aber das ist noch eine Daily von mir. Ich würde sagen, dass ich das jetzt noch eben mache und dass ich euch dann gleich wieder dazuschalten werde. So, ich bin jetzt gerade hier in Fort Pinter vorbeigeritten. Beziehungsweise, ich bin ja noch drin und habe gerade gesehen, dass jetzt doch die Quest wieder da ist. Deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt. Informationen über Spirit, Spirit anschauen. Ich gehe mal auf den nächsten Auftrag. Da Spirit dir zu vertrauen scheint, wird er dich wahrscheinlich um Hilfe bitten. Du solltest ihm auf jeden Fall helfen. Wer weiß, ihr könntet Freunde werden, wenn du ihm bei dem, was er will, hilfst. Ähm, ja. Das sagt sie jetzt immer wieder. Okay. Informationen über Spirit? Willst du mehr über Spirit wissen? Ähm, eigentlich nicht. Er ist in Jorvik. Ja, das ist, äh, toll. Tauch zu jeder vollen Stunde an einem anderen Platz in Jorvik auf. Wenn du ihn findest, hat er einen Auftrag dabei. Ja, das Problem ist nur, ich finde ihn nie. Oh, das könnte auch daran liegen, dass ich normalerweise vor 22 Uhr nicht unterwegs bin. Ähm, ja, okay. Also ich denke mal, ich werde mir Spirit wohl äh, den Next abschminken können. Ja, ich weiß, wie Spirit aussieht, aber es bringt mich trotzdem nicht weit. Ihr macht mich ganz traurig. Wirklich. Wow, aber ich glaube, der kann wirklich sehr viel höher springen. Ja gut, das Pferd ist natürlich an sich auch höher, also größer, meine ich, nicht höher. Ich vermisse meine Sunny Princess ja ein wenig. Aber ich muss zugeben, dass das Pferd auch total cool ist. Und ich glaube, in Weiß würde ich das sogar noch cooler finden. Ja, es war ein kleiner Fehler von mir. Ich bereue es irgendwie immer, wenn ich irgendwas gekauft habe, also irgendein Pferd gekauft habe, bereue ich es immer dann, dass ich die falsche Farbe gekauft habe in dem Moment. Aber ja, das ist halt so. Das ist bei mir irgendwie immer so. So, dann wollen wir mal schauen. Ich sehe da oben jetzt gerade noch ein Ausrufezeichen. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Das ist ja völlig, oder ist das in der Höhle drin gewesen? Nee, oder? Völlig versteckt. Das soll eigentlich direkt hier sein. Nee, jetzt soll es wieder woanders sein. Ist das hier unten? Ja. Okay. Ah, das ist unser Ziel. Ja, geil. Also, das Ziel von unserer Quest in Fort Pinter ist direkt hier oben. Hier, da ist die Ponykoppel. Hallo, Susanne. Ich wurde von einem Fischerboot mitgenommen. Deswegen ging es schneller, als ich dachte. Das ist schön. Ich musste reiten. Also, jetzt fängt die lustige Arbeit an. Wir müssen die Hindernisse aufbauen, alle Schilder aufstellen und aufräumen und putzen. Es gibt einiges zu tun. Aber wenn wir alle mitmachen, geht es ganz schnell. Susanne, kannst du die Hindernisse aufstellen? Sie sind so schwer. Deswegen wäre es toll, wenn du sie mit deinem Pferd transportieren könntest. Machst du das? Danke. Komm danach zu uns, sobald du die Strecke testen kannst. Ah, das ist cool. Dann kann ich die Strecke testen. Okay. So, Hindernisse. Das sind wahrscheinlich die hier. Wo muss ich die jetzt aufstellen? Da oben. Irgendwo. Denke ich. Hoffe ich. Äh, Oder ist das doch unten? Ich sehe nämlich noch nichts. Ah, hier ist was. Moment, dann fangen wir am besten ganz hinten an. So, einmal das. das. Oh, dieses ewige Umdrehen, obwohl ich mich extra schon umgedreht habe. Das. hier ist noch einer, aber wir müssen insgesamt noch fünf machen. und immer guckt das Pferd in die falsche Richtung. Das ist schon etwas nervig. Aber gut. Ähm, hier unten sind direkt zwei. Okay. Das ist übrigens ein wundervolles Bild, finde ich, mit diesem, ähm, mit diesem Hintergrund. Jetzt guckt sie auch noch so doof, na toll. Aber überhaupt so dieses Pferd, also ich finde dieses Pferd guckt eher edel. Sunny Princess war ja irgendwie total süß, aber dieses Pferd guckt wirklich edel einfach nur. Wobei ich das Süße natürlich total klasse fand, muss ich dazu sagen. Ich vermisse meine Sunny Princess ein wenig. So, dann haben wir jetzt alles gemacht. Ach, das ist doch ein Babysprung hier für uns. Perfekt. Das wird super duper. Jetzt können wir die Strecke ausprobieren. Sprich mit Polly. Das ist super duper spannend. Okay, Susanne, bist du bereit, den Ponylauf zu testen? Naja, gut. Ähm, das ist jetzt kein Pony. Wir sind schon so gespannt. Ich hoffe, es macht Spaß. Wir haben immerhin mehrere Monate geplant. Du musst auf einen Pony reiten, aber das versteht sich wovon selbst. Ähm, nein. Ich weiß nicht, ob du bereits gelernt hast, mit deinem Pferd zu springen. Das ist jedoch für den Ponylauf auch nicht nötig. Es ist einfacher, wenn du springen kannst, aber wie gesagt nicht nötig. Viel Glück. Ähm, ja. Du kannst nicht teilnehmen, wenn du kein Pony hast. Das ist doch doof. Man wird hier diskriminiert, weil man die schönen großen Pferde mag und keine Ponys. Das finde ich aber blöd. Hm, man kann auch nicht sehen, was man da jetzt bekommen würde. Doch. Ja, gut. Okay. Ähm. Man würde jetzt zumindest nichts Spezielles bekommen. Also jetzt kein, keine Hose oder kein Oberteil oder so. Das ist zumindest schon mal etwas. Weil das hätte mich jetzt doch geärgert, weil man die Sachen nicht freischalten kann, weil man kein Pony hat. Nur weil man Ponys jetzt nicht so besonders mag. Ich muss dazu sagen, ich bin damals von einem Pony ganz, ganz böse gebissen worden. Seitdem bin ich da jetzt nicht so freundlich. Aber gut. Ich würde sagen, ich reite jetzt erst mal wieder zurück in mein Heimatstädtchen, weil ich für heute nämlich leider, leider erst mal aufhören muss. Dahinten ist, glaube ich, noch so eine Klappe? Oder ist das nur ein Stein? Ah, ne, das ist nur ein Stein. Okay, ich habe mich verguckt. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was diese komischen Klappen da vorne sind. Also die leuchten im Dunkeln, aber keiner weiß, was es ist. Und in den Kommentaren hat mir leider auch noch keiner was reingeschrieben. Ähm, deswegen befürchte ich so langsam, dass ich dumm sterben muss. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht ein goldenes Ei hier beim Haus, beim Haus in Jasper, wollte ich gerade sagen, im Haus von Jasper geben könnte. Aber, ähm, das denke ich nicht, weil sonst würde wahrscheinlich hier der Hinweis kommen, dass sich ein goldenes Ei bei mir in der Nähe befindet. Ich weiß auch leider nicht, wie viele goldene Eier es jetzt hier, ähm, gibt, während wir hier auf, ja, Eiersuche gehen, in der Osterzeit. Vielleicht könnt ihr mir dazu genaueres sagen. Also, wenn ihr wisst, wie viele goldene Eier es grundsätzlich gibt, also im ganz, ähm, in ganz Jorvik, wollte ich gerade schon sagen, in ganz, äh, Starstable, dann könnt ihr mir das doch bitte gerne in die Kommentare schreiben, weil das würde mich echt mal interessieren, weil ich habe gerade mal zwei gefunden, was natürlich jetzt nicht besonders viel ist. Okay, dann würde ich sagen, mit dieser Szene verabschiede ich mich jetzt von euch. Es hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht, auch, dass ich dieses Pferd holen konnte, was irgendwie total edel ist. Wobei ich glaube, wenn es das weiße Pferd gewesen wäre, ich weiß, ich weiß, ich nerve damit, würde es noch edler sogar aussehen. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich auch erst Sunny Princess, weil die auf Level 10 ist und level die, äh, weil die auf Level 6 ist und level die noch auf Level 8 hoch, weil da ist nämlich auch noch ein Pferd gewesen, was ich unbedingt haben wollte. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was besser ist. Es ist natürlich auch blöd, immer wieder ein neues Pferd anzufangen. Man weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da aber auch schon andere Erfahrungen mitgemacht und könnt mir sagen, was das Beste ist, wenn man mehrere Pferde hat, ob man die, ähm, alle erstmal irgendwie hochleveln soll. Oh, ich sehe gerade da hinten ist einer, der genauso aussieht wie ich. Der hat sogar die gleichen Klamotten an. Wie cool ist das denn? Das ist ja jetzt mal mega lustig. Hat genau die gleiche Satteldecke, genau den gleichen Sattel und genau die gleiche Trense an. Hat allerdings dieses Ding an, was ich ein bisschen albern daran fand hier an der Seite. Aber ist quasi mein Zwillingsbruder, also vom Pferd. Das finde ich echt total lustig. Äh, ja. Also wie gesagt, wenn ihr da, ähm, schon Erfahrung mit habt und mir sagen könnt, ob, ja, was sinnvoller ist, ob, ähm, man die Pferde einzeln hochleveln soll oder ob man, äh, ein Pferd nehmen soll, mit dem man immer weiter hochlevelt. Ich meine, je höher man kommt, umso schwieriger ist es natürlich. Deswegen denke ich mal, ist das wahrscheinlich am besten. Ähm, andererseits muss ich sagen, ich finde dieses Pferd wirklich irgendwo unheimlich klasse und würde es schon gerne auch mit viel Fleiß halt eben hochleveln. Deswegen, ähm, ja, also, auch wenn das jetzt böse klingt, aber dass es so ein bisschen Sunny Princess quasi ablöst. Es tut mir immer noch leid, dieser Gedanke, aber was soll ich machen? Ich finde, ich habe mich in dieses Pferd irgendwie verliebt. Ich weiß auch nicht. Ja, ähm, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was besser ist, die Pferde einzeln hochzuleveln. Gibt es vielleicht ein Limit an Pferdelevel? Wenn das Limit jetzt 15 wäre, würde ich normalerweise sagen, ich level ein Pferd auf Level 15 und mache dann erst das nächste. Ähm, wobei ich dann wahrscheinlich hiermit anfangen würde, weil, wie gesagt, ich habe mich so in dieses Pferd verliebt irgendwie. wenn ihr dazu Tipps habt, ab damit in die Kommentare bitte, weil ich stehe ja so ein bisschen wie der Affe vom Berg, was das betrifft und ich habe im Internet leider auch noch keine Tipps dazu gefunden. Ansonsten sage ich mal, es hat mir wieder Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!